Zehn Freeware-Spiele, die ich Let's Playen werde, sobald er von Finale-Versionen erschienen sind. Äh, Hero of All-Across, yeah, schwingt, episch Intro, yeah, loadgame, 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 file 1, yeah, erinnert mich irgendwie an Golden Sun, ich weiß auch nicht warum, schwingt. Hui, und die deutsche Text, äh, deutsche Übersetzung ist gerade toll, in Englisch, yeah, oh yeah, I think he went off to the south, ja, ja. The car's raining side, the rocks, also the east, the caves of the west. Ich will auch kämpfen, aber, die Kämpfe sind verpackt, ich kann nicht zurückschlagen, ja. Das ist irgendwie scheiße, wer ist in der nächsten Version behoben? Egal, huiii, nein, yeah, verdammt. Yeah, DNT, uiiii, GPL V3, yeah, oben sowas rockt. Norden, und geile stylische Musik. Yeah, und lustige Bilder. Pff, was diese Bilder sollen, weiß ich selbst nicht. Ich sollte vielleicht mal die Wiki laden. Yeah, slow motion, weil das so unglaublich. Hallo? Läufst du jetzt mal? Oh Gott. Ich kann die Tür nicht öffnen, ich kann sie nicht öffnen. Yeah, aber es läuft. Hallo? Ich hoffe, die optimieren dieses Spiel nochmal. Sonst wäre das schwierig. Sehr schwierig. Oh Gott. Hallo? Reaktion, gleich 0. Slow motion, bullet time, Matrix style, yeah. Und geile Musik. Yeah, Wusel Faktor hoch 10, oah. Siedler. 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 Siedler eins. Das erste Spiel, wo ich spiel habe, wo man mehr machen muss, dass man den Joystick so lange vergewaltigen, bis man gewonnen hat. Oder der Joystick abbrach, je nachdem. Wie Eichmann es gemacht hat. Yeah. Wusel, 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 Wusel. Gott. Ja, ja. Und was auch immer mit dem scheiß Wasser schiebt es in deinen Arsch. Ui. Boah. Okay, Wusel. Boah. Ja, es leckt. Und man hört mich wahrscheinlich kaum, weil ich den Sound verdammte Scheiße noch mal nicht lauter drin habe. Du nix können Deutsch, du nix reden. Was baue ich da überhaupt? Hä? Wie ein bisschen schwer. Ach. Ihr wollt mich doch verarschen. Yeah. Was muss ich bauen? Holtzettner. Ich hab doch ein Holtzettner. Willst du mich verarschen? Ihr könnt mich mal. Kauft euch Siedler eins und zwei. Yeah. Es lohnt sich. Finde ich viel besser als die neueren Teile. Fui. Und wer Siedler eins, wenn PC hat, holt ihr lieber die Amiga-Version. Der Sound ist zehnmal geiler. Es ist zwar nur ein Lied, was die Amiga-Version hat, aber dafür gibt es ein Lied zwölfeinhalb Minuten lang. Yeah. Ja. Wo ist das? Friorion! Yeah! Ich sagte Yeah! Yeah! Verdammt! 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 Ich sagte Yeah! Ach, leck mich am Arsch. Free Color Station! Yeah! Das hab ich auch auf dem Amiga-Original gespielt. Hier! Ja! Original! Genau! Engländer! Oh Gott! Warum ruckt das alles so? Fantastisch! Yeah! Ich gründe in Amerika! Rotten aber Urwunde aus! Lass uns irgendwas töten! Moment! Ja! Ja! Interessiert mich noch ein Scheiß! Yeah! Nee! Ja! Die neue Welt braucht mich! Bla bla bla! Die hatten doch noch nie was zu Neues! Pfff! Kannst hier angreifen? Nein! Hey! Verdammt! Geh da hin! Komm! Yeah! Machen Sie sich auch ne Tod! Komm dir! Massenmord! Äh! Ups! Das braucht ihr auch! Yeah! Tribut fordern! Ja! Hau ab! Komm! Verpisst dich! Die mag ich eh nicht! Scheiß-Indianer! Legere Grundstuhl! Die gehört uns! Verpisst euch! Scheiß-Indianer! Wir waren zuerst da! Yeah! Hier! Bauwarteschlange! Anlegestelle ist! Okay! Ja! Oh! Äh! Ja! Erst töten sie uns! Dann bringen sie uns was bei! Na klar! Äh! Okay! Gleich bin ich tot! Gleich bin ich tot! Komm! Tötet mich! Äh! Nein! Doch nicht! Äh! Yeah! Stech! Scheiß-Spiel da! Um Dungeons! Yeah! Dungeon-Keeper-Klon! Wow! Beta-Version! Man kann Wände bauen! Und das lag dadurch wie die Hölle! Sonst kann man gar nichts machen! Nein! Gar nichts! Es wird alles nichts! Pfff! Wenn überhaupt mal was angezeigt wird! Wow! Jetzt kann ich nicht mal mehr Wände bauen! Hallo! Hallo! Lalalala! Ich baue überhaupt nichts! Tripwire! Oh! Okay! Nuller D! Ohne alles! Ohne Optionen! Yeah! Alpha-Version! Start-Game! Los! Geht's! Und mein Gamepad funktioniert da ja nicht! Schade! Yeah! Fette Grafik! Schaut's euch an! Schaut's euch einfach an! Das ist ja! Das ist ne Alpha-Version! Yeah! Reiten wir da rüber! Och! Reiten wir da runter! Lass uns das töten! So! Während du jetzt da runterreitest! Oh Gott! Was bauen wir denn? Pfff! Oh Gott! So! Egal wir bauen! Kann ich das? Ich kann's wirklich nicht bauen! Irgendwo! Werde ich einen Platz finden! Ah! Haha! Oh Gott! Halt! Das haben wir schon! Los! Yeah! Bauen! Gott! Ja! Doc! Kann ich das auch aufs Land bauen? Und echt! So! Mit dir bauen wir auch noch was! Weil du da noch da stehst! Farmsteed! Was machst du überhaupt meine Infantilie? Was machst du überhaupt meine Infantilie? Und ich sehe den Feind nicht! Und er ist tot! Ha! Ha! Friedoom auf Nightmare Yeah Überhaupt keine Gegner Oh Selecter überhaupt nicht sein Oh Gott Ich bin tot Ja das wird ein Spaß Hoffentlich kommen da niemals Vollversion von raus Yes Oh Gott ist das langsam Yeah Erste Welt auf Nightmare Hab ich jetzt gleich mehr ausgewählt? Ich weiß es gerade gar nicht Oh Gott Ich gebe mir die Schalt gar nicht Ich bin Schalter um Yeah Headshot Das wird Spaß Wenn da von der finale Version rauskommt Summoning Wars Yeah okay Alle Spieler Yeah Diablo Style Uh Gott wie habe ich Diablo 2 gehasst Kadisch 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 Yeah Komplett Kadisch Komm her Kadisch Kadisch Gib her Kadisch Gott hoffentlich wird die Story Nicht so langweilig wie in Diablo 2 Sonst werde ich es wieder nicht durchspielen Denn das ging mir einfach nur noch auf den Sack am Schluss Kadisch Kadisch Komm her Kadisch 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 Hab ich gesagt Kadisch 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 Wird man Wird es Kadisch 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 Man wird es Special Scheiße Kadisch 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 VEGA STRIKE! Yeah! Wooh, es lädt so schnell! Uiuiuiui! Mein Ultra hier endet super! 3 zu 37 Hexoroxo PC macht das locker! Pfff, kein Ding für den! Yeah! Komm, komm, lad! Ja, alle, wie schnell es geht! Guckt's euch an! Guckt's euch an, wie schnell das geht, eh! Macht das mal nach mit euren Lamm-Drecks-Kisten da! Boah, Alter! Ich kann mir, glaube ich, nach mitschauen, wie schnell es geht! Und ich glaube, die Musik ist ein wenig zu laut! Komm, 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 komm! Yeah! Und es geht so schnell! Die Musik kaputt! Tolles Spiel! Ich klatsche in die Hände! Yeah! Und Spielstarten-Launch! Yeah! Hm! Das scheint mir beim Gamepad nicht ganz so hart zu harmonieren wie es soll denn! Nee, irgendwie gar nicht! Überhaupt gar nicht! Da, jetzt! Hä? Oh Gott! Ich sollte nicht mit Gamepad und Tastatur gleichzeitig spielen! Das funktioniert auf Dauer, glaube ich, nicht! Ah! Yeah! Nein, das funktioniert gar nicht! Mit dem geringsten! So eine Scheiße! Okay! Also wir müssen... Was müssen wir denn machen? S drücken! Ja! Gut! Das nächste Mal... Schauen wir uns die Steuere an! Hey! Das war mein 10 Abonnenten-Special! In die Hände klatsch! Wenn's euch gefallen hat, ist der langweilig und scheiße findet! Ist das euer Problem! Hey! Yeah! Oh Gott! Ich mach's schon die ganze Zeit, ne? Egal! Das nächste gibt's dann so bei... 100 Abonnenten oder so! Egal! Das war's! Auf Wiedersehen! Dann...